So, wohin war jetzt nochmal? Jetzt geh ich hoch. Because, da komm ich. Hilfssteuerung. Oder ich guck erst... Bisschen weiß ich mal was ganz anderes. Nein. Ich mach jetzt erstmal hier, ne? Puff. Momentum to escape Earth's gravity is gained before aggression. If you say so. Reaching space, the satellite will shed the shell and unfold. Onboard thrusters settle the satellite into an orbit. Ja. Und dann? Äh, okay. Schön. Kann mir nicht vorstellen, dass das was wird. Hm? Fracht. Soll ich jetzt hier irgendwas... Inhalt Arche. Hey, Status erfordert manuelle Entladung. Schön. Sehr gern. Nein. So. Ich weiß nur noch, wir haben es 3 Uhr 30. Oder hatten es eben. Und es ist, äh... 2.104. Welches Datum habe ich nicht aufgepasst? Oder wieder vergessen? Ja. Ja. Unsignierter Besuch von Herber. Staat der Arche, letzter Besuch. Hä? Auch andersrum. Letzter Besuch. Staat der Arche. Herber. Ja. Und was ist denn mit Elkers? Und so. Okay. Heimat zur Mission abgeschlossen. Was für eine Mission? Keine Ahnung. Da ändern sich nur die Daten. 26.12.27. Okay. Ah, okay. 2.102 hier. 2.103. Nach 10 Jahren einwandfreien Betriebs wird die Omega Weltraum... Nein. Kanone abgeschaltet. Es bedurfte jedoch einer Apokalypse entlassen zu werden. Jetzt ach mir nicht. Wie? Abgeschaltet. Das ist ja dann schon über ein Jahr her. Aber... Simon? Wirst du das Catherine jetzt sagen? Können wir zu ihr hingehen und ihr das sagen? Nein. Ja, dann erstmal hier, wa? Glaube ich. Einfach mal reingucken. Ach, Mann. Das ist schwer. Was macht denn mehr Sinn? Dort ist das Hilfssteuerung bla. Und da kommen wir auch nach da, okay? Ach, nö. Da muss ich wieder raus? Willst du mich verarschen? Nee, nö, 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 nö. Ganz bestimmt nicht. Wusch. So schnell möchte ich das... Irgendwie süß. Aber voll Sünde. Nein. Nein. Heilige. Das ist aber nicht die Arche. Noch ein Popo-Loch Warum denn? Kann mir hier was passieren? Äh Äh, wie geht denn sowas? Das ist doch gar nicht möglich Jetzt hab ich die Karte nicht mehr vor der Nase Weil, was ist denn? Ah Das Spiel will mich jetzt so in Sicherheit wiegen Dass nichts Schlimmes mehr passiert Aber ey, das glaubst du selber nicht Äh, was ist denn hier schon wieder? Mhm Without Safeguards Ich nehme den Akku jetzt noch nicht mit Warum denn schon wieder? Wieder ein neuer Anzug Was Was ist denn das alles? Hier Mir ist unwohl Irgendwie ist mir unwohl Aha Tick, tack Dann wird die hier drin sein Äh Alter Oh Mann Das heißt Entweder kann ich diese Tür nur öffnen, wenn ich da reingrabsche Oder aber dann kann ich sie gar nicht mehr öffnen Und wir brauchen die Batterie Da Den Akku, was auch immer Äh War hier eben nicht so dunkel Ähm Warum genau wurde das hier hingeschoben? Hä? Ähm Auch wenn das immer noch keinen Sinn macht Ähm Fuck, will ich das? Aber da ist doch eigentlich nur die Arche drin, oder nicht? Oder Oder gucke ich doch nebenbei erst hier? Weil anscheinend wurde das ja von dort dahin geschoben, ne? Äh, äh, die, äh Das ist jetzt nicht Catherine Das ist das Kreuz, Leute Das ist Catherine Nein Oh nein Oh nein Warum habe ich gerade das Bedürfnis zu heulen? Oh nein Catherine Sie wollte die Weltraumkanone fertig machen, glaube ich Oh nein Das ist sie Das ist sie Ach nein Ach ich dachte, wir sprechen sie noch Äh Willst du? Nichts dazu sagen, dass du die echte gefunden hast? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemand anders ist Oh Okay, dafür muss ich noch eine finden, ne? Oh Oh Katharine, sagen Sie etwas! Ich weiß nicht, was Sie denken. Ich werde es launchieren. Nein, es geht nicht so. Wir halten es für einen Moment und denken über es. Wir können es später launchieren. Nein, das war nicht der Deal. Wir haben es, um sie zu lösen. Out da, es Hoffnung. Down hier, es ein fucking Terrarium waiting zu sterben mit den resten uns. Komm schon, Katharine. Es ist nicht so viel. Wir denken über es, bevor wir riskieren, die einzige Hoffnung hat, um diese Hölle zu überleben. Nein, wir launchen es heute. Das ist mein Projekt, mein Arch. Es ist größer als das. Siehst du nicht? Es ist nicht für Sie zu entscheiden. Wir sprechen über die Welt der Menschheit. Geh weg von der Arch. Ich nehme es. Nein, Sie sind nicht. Ich werde es nicht verletzt. Stop es! Guys, calm down! Geh weg von mir! Nein! Was du gemacht hast? Was du gemacht hast? Es war ein accident. Katharine, talk mit mir. Katharine... Oh Gott. Katharine. Hast du gesagt etwas? Es ist du. Du hast ein accident. Was du... Oh... Du sagst, Katharine. Wie sie reagiert. Vielleicht ist es besser so. Lass sie. Es ist besser so. Aber warte mal. Wieso ist denn das dann? Wie können sie mich töten? Katharine. Ich weiß, ich bin nicht eine einfache Person zu lieben. Ich habe nur gedacht, dass sie mich vertraut haben. Komm schon. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Die wurde getötet. Die wurde getötet. Fett ermordet. Oh... Mann, ich habe sogar... Wir sehen sie noch. Das ist jetzt voll die Enttäuschung, ey. Und da ist Blut. Ja. Oh, Männer. Simon. Jetzt sag doch nein nicht, sondern ich mag dich wirklich oder sowas. Oh, Männer. Simon. Jetzt sag doch nein nicht, sondern ich mag dich wirklich oder sowas. Oh, Mann. Jetzt sehe ich genauso. So sieht es aus. Einfach probieren. Mehr als dass alles schief geht und die Menschheit für den Arsch... Ich meine, die Menschheit ist schon für den Arsch. Es gibt ja keine Körper mehr und keine Ficky-Ficky-Babys machen. Tralala, ne? Ach, Mann. Was ein Scheiß-Ende. Ach so. Und dann wurde das Ding wieder weggerollt, weil Arche hier nicht. Bla. Jetzt macht es Sinn. Ach so. Hier war ja noch so ein... Na, ne. Hier brauchen wir noch so ein... Äh... Ja. Ich möchte aber nicht wieder zurück ins Wasser. Da hat sich die Meinung ja drastisch geändert, ne? Und muss ich da jetzt reinfassen? Was soll denn das? Und da habe ich noch nicht aufgemacht. Da müsste sie sein. Da haben sie sie wieder zurückgebracht. Hier geboren. Wollte ich sie da hier drauf stellen? Nein, wir sind stark, wir schleppen sie da hin. Ich frage mich trotzdem, ich meine, jetzt macht das ja fast nichts mehr aus, ob wir da vielleicht doch nochmal die Grabbel die Grabbel machen sollen?